Schmale Seite, Brusthöhe, innen, außen, das große drüber legen und einmal hinten durch. Immer hier am kleinen Zipfel festhalten, dann von hinten vorne rein. Jetzt entsteht das V. Strafziehen, jetzt nur noch verblenden, vorne. Und da kann man einen Finger reinmachen, damit man hier von hinten besser durchkommt. Strafziehen, festhalten, hochziehen. Falls da was verschoben ist, kann man hier einfach ein bisschen runterziehen.